Bei Bares für Rares kommen häufig Sensationsfunde auf den Tisch. Auch dieses Mal hat ein Ehepaar eine besondere Rarität dabei. Doch ein Detail sorgt dafür, dass satte 10.000 Euro Flöten gehen. Annegret und Wolfgang Franke aus Langenhagen kommen mit einem echten Picasso in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walswerks bei Köln. Erworben haben ihn die beiden vor 20 Jahren auf einem Bildermarkt. Ich wollte eigentlich einen Rahmen kaufen, erzählt Privatier Franke in der beliebten ZDF-Show. Da habe er die Lithographie mit der Originalunterschrift von Pablo Picasso entdeckt und zusammen mit anderen Bildern für ein paar hundert Euro erworben. Sowohl Moderator Horst Lichter, 62, als auch Experte Albert Mayer, 74, zeigen sich begeistert von dem Gemälde. Die Signatur ist eindeutig Picasso, erklärt der Kunst- und Antiquitätenhändler. Bares für Rares Experte hat Einwände gegen den Wunschpreis. Allerdings gebe es mit dem Picasso ein Problem, denn das Bild sei leicht von der Sonne beschädigt worden. Ich empfehle dringend ein Museumsglas, sagt Mayer, denn es handle sich vermutlich auch um ein Originalblatt von 1952 von Picasso. Die Maße des Motivs stimmen, es ist echt. Der frühere TV-Koch will von dem Ehepaar wissen, was es für den Sensationsfund haben möchte. Die Antwort von Wolfgang Franke lautet 2000 Euro. Doch da hat der Experte zunächst Einwände. Wenn das Blatt keine Stockflecken und keine Beschädigungen aufweisen würde, wäre es wirklich sehr wertvoll, gibt er Preis, und auch trotz des nicht perfekten Zustands taxiert er das Bild auf 4000 bis 5000 Euro. Eine Sensation Allerdings lässt Lichter nicht locker und will wissen, was das Gemälde in perfektem Zustand wert wäre. 15.000 Euro, teilt Mayer mit Bietergefecht im Händlerraum Und auch im Händlerraum zeigt man sich von der handsignierten Picasso-Lithographie begeistert. Fabian Kahl, 32, startet mit einem Gebot von 2500 Euro. Und auch die anderen Händler David Suppes, 35, Elisabeth Nütling, 44, und Julian Schmitz-Avila, 37, nehmen an dem Bietergefecht teil. Am Ende macht Suppes das Rennen, der 3500 Euro für das Bild hinlegt. Mein erster Picasso, sagt der Wiesbadener Händler stolz. 3.000 Euro für Kapi Und am nächsten Teil wiederum Ein qui surtout, wo der Platz legislators sagt er auf jeden Fall zuerst Pentad autant betrown, was er startet da. Was es gut gesagt hat ? Was schert mich deutlich cables wie extoll?